Nein, natürlich nicht so schön. Aber keine Hände. Das kommt bevor du dich aufhörst. Ja, mit Strömung. Aber ich hätte nicht Strömung gesagt, heute stürmen wir auch zu stark. Es ist ein guter Abfluss. Hast du ja erzählt. Ja, ja. Ich habe gesagt, wenn es zu stark ist, drücken heute gewesen wäre es. Ja, ja, das hätte geholfen werden. Das ist so, wenn du rauskriegst. Wie sie nicht, wo wir oben sind. Ist gerade auch. Sie ist gerade da. Die Strömung, die Strömung. So, die Strömung. Maxi. Nicht schocken. Ich brauche keine Strömung mehr, weil ich schon schwimmen kann. Du kannst schon schwimmen machen. Aber nicht so richtig. Das laufen wir aber ruhig, gell? Du kannst schon. Ich drehe aber tief, oder? Oh, das ist...